Denn nachdem Alena ein paar Sätze mit Gastgeber Roland Trettel gewechselt hat, steht ihr Blind-Date hinter ihr. Und nicht nur Trettel schaut ungläubig, auch die Jurastudentin ist überfordert mit der Situation. Vor ihr steht plötzlich eine Person im Ganzkörper-Bärenkostüm. Damit habe ich auf gar keinen Fall gerechnet. Ich war geschockt und dachte, was geht jetzt hier ab? Bin ich im falschen Film? Sagt sie anschließend. Als sich der Gastgeber den menschlichen Bären schnappt, um ihm auf Toilette aus seinem Kostüm zu bitten, bekommt Alena von Barkeeper Nick Schenker aufbauende Worte. Ich bin mindestens so verwirrt wie du. Hast du in deine Bewerbung geschrieben? Du suchst einen Mann wie ein Bär? Nach der Rückkehr, mich freut's, dass du noch hier bist, sitzt dann Jules, 20, neben der Mainz-Ärin. Der angehende Erzieher aus dem baden-württembergischen Rastatt bezeichnet sich als humorvoll und sehr lustig. Wollte sehen, wie die Gleichhaltrige auf seinen Auftritt reagiert. Optisch findet Alena ihn eigentlich okay, ganz gutaussehend. Und sie sei auf jeden Fall mein Typ, habe extrem krasse Augen, sei ihn nur vielleicht etwas zu groß. Das bemängelt auch die Studentin. Mein Freund muss nicht einen Kopf größer sein. Allerdings sei die Länge des etwa gleich großen Jules nicht mein Fab. Bei der Essensauswahl kommt es zur nächsten komischen Situation, als Jules ein Schokoladenfondue ordert. Alena! Wieso bestellt man sich das jetzt? Ich war zum zweiten Mal geschockt. Vielleicht, weil es die günstigste Speise auf der Karte war.